Okay. Willkommen zu der herausfordernden und gefährlichen Welt des Bombenentschärfens. Studiere dieses Handbuch gefähr... ne, nicht gefährlich. Vorsichtig. Du bist der Experte. In diesen Seiten wirst du... achso, ne. Gut, hallo. Bestes Intro, Alter. Das hab ich mir selber ausgedacht. Das glaub ich dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zu, äh, wie heißt das Spiel nochmal? Äh, Kip Talker, Tico, ja. Keiner macht BOOM. Genau, so sieht's nämlich aus. So. Ich bin hier der Defuser und Freddy ist der Experte. Ne? Natürlich bin ich der Experte. Oh Gott. Also die Communication zwischen uns beiden ist immer Premium gewesen, vor allem auf WhatsApp. Mal gucken, wie es diesmal klappt. Ach, ja, das ist doch immer schön. Ja, ne? So, first bomb, Fredi. Bist du bereit? Nein. Ja, okay. Ich kenn mich überhaupt nicht aus mit dem... Ist mir egal. Egal. Everybody has to start somewhere. Let's just hope it doesn't end here too. Make sure your experts have the manual and are ready to help. Bist du ready to help? Ja. Okay. Okay. Wenn du bereit bist zu sterben... Ach, quatsch. Ich renn im richtigen Moment weg. Okay. Okay, es ist dunkel. Oh Mann. Ne, es ist dunkel. Ja, jetzt fängt's an, Junge. Wir haben 5 Minuten Zeit. Äh, alles... Okay, erstes Module. Das ist mal ein bisschen quatschen. Wir haben noch... Okay, alles klar. Was hast du eigentlich heute so gemacht? Heute? Heute? Ach, ich bin heute schon wieder um halb fünf. Immerhin hat's heute nicht geregnet. Ja, ne? Schön. Du, Connor. Ach, ich? Ich hab erst mal ein bisschen lang... Ach, stimmt gar nicht. Ich musste einen Anruf tätigen um 8 Uhr morgens. War ein bisschen... Ach du, danach hat's mich wieder ins Bett... Danach hab ich mich wieder ins Bett gelegt. Auf jeden Fall. So, okay. Dann fangen wir mal jetzt an. So. Erstes Modul. Äh... Komische Zeichen. Vier komische Zeichen, die ich wahrscheinlich... Vier... Ach, äh, das sag mir... Okay, warte. Die muss ich andrücken, so. Okay, soll ich dir die Zeichen sagen? Ja. Okay, ein Copyright-Symbol. Dann... Copyright-Symbol? Warte, warte, Moment. Ich muss das erst mal suchen. Okay, ja, komm. Okay, dann... So zwei K's, die sich den Strich teilen, so. Keine Ahnung. Ja. So eingespiegelt oder nicht? Dann ein CL in Schreibschrift. Okay. Und so eine 3, wo die untere Hälfte so ein Crickle-Fehler ist, oder so. Keine Ahnung. Okay, okay, der gute alte Crickle-Fehler. Ja, ne? Okay, ich muss die Kamera lesen, wie das überhaupt funktioniert. Du hast noch 3 Minuten 40. Okay, mach erst mal das Copyright. Okay. Richtig. Dann das CL. Dann die beiden K's. Okay. Und dann die 3. Ja, richtig. Okay, wir haben... Easy. Jetzt erst mal wieder Quatsch. Alles klar, so. Was gab's denn bei dir so zum Mittag? Zum Mittag? Zum Mittag gab's das Abendessen von gestern. Und zwar interessant. Salat. Mit Maultaschen. Hähnchen. Ja. Also bei mir gab's ne Frikadelle. Ja, ne? Finde ich auch. Frikadellen sind immer gut. Finde ich auch. Frikadellen sind immer gut. Alles klar. Jetzt zu den Wires, Fee. Frikadellen sind sogar sehr gut. Ich weiß. Wires, Junge. Ja. Welche Wires? Normale Wires. Easy Wires. Keine Ahnung. Gibt's einen Unterschied? Keine Ahnung. Okay. Ich hab ja Wires. Okay. Drei bis sechs Wires. Es sind sechs. Drei blaue... Ja, ich sag ja drei bis sechs. Ja, ist ja gut. Kann ich. Okay, hau raus. Drei blaue, eine... Achso, sechs Wires. Ja! Drei... Drei blaue, ein roter, ein gelber, ein schwarzer. Warte. Sind da gelbe? Ja, einer. Ja, einer. Okay, warte. Ähm... Das von jeder Farbe ich einen. Gelbes. Okay, ein gelbes. Ein gelbes. Ja! Wie viele weiße? Keins! Kein weißes? Ja! Sind da rote? Ja, ein rotes. Okay. Viertes. Durchschneiden. Eins, zwei, drei, vier... Okay, war richtig. Haben wir fertig. Ja! Okay, jetzt ist hier noch ein Module, wo ein Pressbutton ist. Okay. Was steht da drauf? Press. Welche Farbe hat der? Rot. Blue... Okay. Ne, rot! Rot! Warte, Press... Press, 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 press... Warte... Äh... 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 Warte... Du hast eins dreißig. Ich find nix mit blauen... Was? Rot! Tumongo! Der ist rot! Der ist rot am Button! Achso, okay, rot. Rot, rot, rot. Tumongo! Der sagt hole, ne? Nein, Press! Alter! Okay... Hä? Da ist ne Minute Zeit. Wie viele Batterien? Äh... Batterien? Äh... Doch! Drei! Drei! Drei Stück! Fertig! Erste wo ist ein F Quellventat, ob der da steht... Um war es fertig. OK, drück mal lampen und sag mir was passiert. Blausicht rechts... Du hast 40 Sekunden. Blauslicht. Mach inne! Dylan, leicht mit der Bombe entschärft... Easy, sogar mit Katschen. Easy. So machen das auch die wahren Bomben entschärfer. Die wahren Kroos machen das so. Ich hab halt voll viel Text, den ich lesen wollte. Ich hab's halt allzu nie gelesen. Und ich muss die ganze Zeit einen Button drücken. Oh man. Okay, nice. Continue. Jaja, sind grad 6 Minuten, Junge. Ja, komm, eins noch. So, section 2, the basics. Something old, something new. Ach, was Neues, Friedi. Oh nein, nichts Neues. When did seeing a familiar Bomb become comforting? No matter, das Bomb will be only a half comforting. Okay. Mach raus. Easy. God, zeig mir was du willst. Ja, warte mal, warte, ich hab ein Brexwinner. So, loading. Wie du hast nen Blickscreen. Das ist wenn's lädt, Junge. Ich hab, äh, so ein Koordinatensystem mit Vierecken. Ein Koordinatensystem mit Vierecken? Ja, also, wo die Vierecke so einzelne Positionen darstellen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall so überall so Vierecke, ein Dreieck ist da drin, so zwei grüne Kreise, ein Leuchtding. Ah, okay. Ah, okay. Das weiße Licht muss zum roten Dreieck. Muss es das? Ich weiß es nicht. Das sind Pfeilknöpfe, hast du so Pfeilknöpfe? Ja, ich hab da Pfeilknöpfe, ja, ja. Okay, da musst du immer draufdrücken. Okay. Also, okay. Wo sind diese zwei Kreise? Der erste Kreis ist erste Zeile, vierte Spalte. Warte, erste Zeile, vierte Spalte. Warte, Moment, okay. Und der zweite ist vierte Zeile, dritte Spalte. Okay, 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 okay. Und wo ist das, warte, wo ist das Dreieck? Achso, das weiße Licht. Das weiße Licht? Das ist letzte Spalte, äh, zweite Zeile von unten. Okay, und das Dreieck? Zweite Zeile von unten, äh, vierte Spalte. Okay, dann links. Ja. Hoch, hoch. Falsch. 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 Ich hab zwei Strikes, weil ich direkt zweimal nach oben gedrückt hab. Ja, dürft ihr jetzt keinen Fehler mehr machen. Wo ist das Ding jetzt? Jetzt ist es, äh, eins, zwei, drei, vier, fünfte Spalte, zweite Zeile. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zweite, ach da schon. Okay, dann jetzt links. Wir sind dann rot, ja. Oh, wir sind fertig. Das ist ein künstliches Licht. Okay, okay, alles klar. Das war's schon? Ja, das war's schon. Ich hätte jetzt gedacht, du musst doch nach unten gehen. Bei mir ist da ein grünes Licht, ich glaub wir sind fertig. Geh mal nach unten, bis wir beim roten Dreieck. Nein, wieso, wir sind fertig. Das Modul steht... Komm, wir sind schärft. Nein, wir haben noch zwei Module. Okay, okay, dann weiter, okay, weiter, weiter. Hier ist ein blauer Button, diesmal ist er blau. So, drauf steht detonate. Blauer Button, abort, nee. Nee, detonate. Eine Bat... Ja, ja, ja. Wie viele Batterien? Äh, warte, zwei, vier, vier Stück. Drücken und direkt wieder loslassen. Okay, den haben wir fertig. So, dann gibt's hier noch einen Button. Diesmal gelb. Nein. Darauf steht abort. Okay, gedrückt halten. Blau. Rechts, blau. Dann ne vier in irgendeiner Position. Easy, Bomben-Schaft. Die sind einfach die Pros, Friedi. Einfach die Pros. Hey, dieses Scheißler, wo sind? Ich verhält. Du musst'n zweimal nach links drücken. Und du sagst mir erstmal nach oben. Nee, man muss erst nach oben, aber egal. Das hat funktioniert. Okay. Egal. Komm, eine können wir nur hinterher. Da haben wir auch 15 Minuten drin. Okay. So, double your money. Nächste Mission. The task is clear, but the timer doesn't care about your workload. Okay. Nein. Alter, sechs Modules diesmal. Ich hab jetzt schon Earn-Out, Konrad. Da sagst du mir, ich muss die scheiß Bombe entschärfen. Wie ist das an dem Ding? Boah, ich muss gleich erstmal in Urlaub. Ja, alles klar. Ich mach das dann ohne dich weiter, ne? Auf gut Glück ein paar Dritte durchschneiden. Okay. Ja. Okay, wir haben hier vier Zeichen wieder. Vier Zeichen. Okay, ja. Ja, warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Hallo? Ja? Ja! Ja! Achso, okay. Ich dachte, du siehst das noch. Okay. Einen weißen Stern. Ja? Ein O mit so einem Strich unten dran. Aha. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Und so eine Schreibschrift H mit so einem Schlängel unten noch oder so. Okay. Okay, dann erst das O. Stern. Ja. Fragezeichen. Richtig. So. Jetzt haben wir nochmal dasselbe. Okay. Erstmal so ein Face, das die Zunge rausstrickt. Hm, okay. Dann eine 6, die oben so platt ist. Okay. Dann wieder dieses K, dieses Doppel-K. Hm. Und dann so ein B, das so ein T noch in dem Stängel drin hat. Dann erst die 6. Ja. Dann das B, dann die Ks und dann das Smiley. Okay. Richtig. Dann jetzt Wires. Äh, erstes Ding. Zwei schwarze, zwei gelbe, ein roter. Wie viele Wires insgesamt? Fünf. Fünf? Ja. Ist das letzte schwarz? Nein, das ist gelb. Ähm, ein rotes? Ja. Und wie viele gelbe? Zwei. Zwei gelbe? Ja. Ähm, warte, ist da ein schwarzes? Zwei schwarze. Okay. Schneid das letzte, ne das erste, das erste. Alter. Okay, richtig. Jetzt nochmal Wires. Nochmal. Ja. Zwei rote, ein gelbes, zwei blaue. Also sechs Stück. Ne, fünf Stück. Junge. Zwei rote, zwei... Zwei blaue, zwei blaue. Nein, zwei rote, zwei blaue, eins gelbes. Ich hab glaub ich auch zwei gelbe, egal. Okay, zwei rote? Zwei blaue, ein gelbes. Okay. Zwei rote, zwei blaue, ein gelbes. In der Reihenfolge? Zwei rote, ein gelbes, zwei blaue, in der Reihenfolge. Zwei rote, ein gelbes, zwei blaue. Okay. Ähm. Okay. Keine, keine schwarzen? Nee, keine schwarzen. Dann schneid das zweite durch. Hä? Ich hab... Okay, ich hab nen Lag. Ich hab aus Versehen auch das erste durchgeschnitten, aber zweites war richtig. Äh. Geht falsch. Okay, wir haben jetzt wieder Buttons, die wir pressen müssen. Nein. Okay, hau raus. Gelder Button mit Press drauf. Press? Äh. Mach mal... Steht da noch irgendwas? Irgendwie FRK oder CIR? FRK? Was für FRK? Okay, halt mal... FRQ steht hier. NSA, IND aufm Koffer. Nein, 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 nein. Halt mal gedrückt. Okay. Da ist blau. Dann wieder mit der vier. Ich hoff diese vier, ja. War richtig. So, jetzt haben wir noch einen Button. Darauf steht detonate. Und es weiß. Äh, wie viele Batterien? Ähm... Keine. Keine? Eine... Ja, keiner. Ist da... Ist da ein buntes Label? Äh... Ein leuchtendes Label mit C-A-R. Nee. Bombe! Fünf für sie Sekunden, Junge! Drücken und direkt loslassen. Nee, 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 nee. FALSCH! Gedrückt halten! Okay, gedrückt! Gelb! Fertig! Fünf in irgendeiner Position! Fünf in irgendeiner Position! Fünf in irgendeiner Position! Ja, das ist nicht so schlimm. Ja, geschafft! Easy! Entschafft! Ich schwitze gar nicht! Meine Fresse! Was ist jetzt? Easy! Das Ding ist mir wieder nicht um die Ohren geflohen. Zum Glück! Alles klar! Oh Mann! Jawoll, ey! Ja, geil! Ja, dann war's das für die erste Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und Tschüss! Eingehauen! Eingehauen! Eingehauen!